Du erinnerst dich wieder an mich, an deinen Geliebten, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen wirst, die Liebe, die uns getroffen hat, ist ein so seltenes Geschenk. Da unten kannst du jetzt nachdenken, wieso eine Hypnose nicht funktioniert, wenn man die Betreffende vorher betreut hat. Oh, shit. Daran ist sicher die ganze Aufregung schuld. Nicht wegen Ihnen. Privat. Sie bekommen Ihre Anzahlung natürlich zurück. Du malst mich jetzt, sonst werde ich böse. Sie haben einen erhöhten Blutdruck. Kein Wunder, dass Sie sich nicht konzentrieren können. Mit ein bisschen Druck geht es dann plötzlich doch. Okay. 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 Okay.